Thema Baumsterben, Regenwälder. Wollen wir noch mal kurz in diese Kontroverse um das Thema Fleisch reingehen? Fang doch mal an, Schatz. Wir gehen noch mal kurz zurück. Warum holzen wir diese Regenwälder ab? Das könnte man sagen, um Sojapalmen zu pflanzen. Das findet alles statt. Also ganz vieles, was wir da machen, ist, damit wir in irgendeiner Form industriell davon profitieren. Das Allermeiste allerdings von dem, was wir da am Regenwald roden, also Brandrodung, CO2 in die Luft und so weiter, ist für Futterpflanzen und Weideland. Und deswegen reagiert er zum Beispiel auch Mark jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen zurecht, auch pikiert, wenn ich sage, ja Moment, ich esse jetzt noch Fleisch. Also diese Kontroverse hat, glaube ich, zwei Perspektiven. Also die eine Perspektive ist die von jemandem, der gerne Fleisch isst, aber gutes Fleisch essen möchte, welches nicht sozusagen die Umwelt ausbeutet. Die andere Perspektive, und die kann ich genauso gut verstehen, ist, dass man sagt, ja so konsequent gedacht, müsste man eigentlich komplett damit aufhören. Und was unser Ansatz sowohl in dem Buch ist, als auch in unseren sehr, sehr konstruktiven Gesprächen, wenn Timo und ich darüber immer sprechen, ist, einfach viele Wege führen nach Rom und wir können mal aus verschiedenen Perspektiven dieses Thema beleuchten, ohne sich die Köppe einzuhauen, oder? Absolut. Also man lernt ja nur was, wenn man sich mit Leuten unterhält, die vielleicht eine andere Meinung haben. Ich glaube, es ist relativ einfach rauszukriegen, was gut oder schlecht ist. Der Weg dorthin oder die Umsetzung, die ist nicht ganz einfach, sieht man bei der Politik. Ethisch ist es meistens recht einfach, was man machen kann und was nicht, allerdings die Umsetzung, aber dafür haben wir sie ja. Und das ist bei den meisten Themen so. Also ich kann da nur dabei davon lernen. Also wenn ich auch mit hier diskutiere, über manche Sachen muss ich das ja irgendwie versuchen, dir nahezubringen, höre mich mir selber beim Reden zu, zwangsläufig. Ich habe schon öfters versucht, nicht zuzuhören, das war auch nicht gut. Und muss meinen Standpunkt irgendwie klären. Also von daher finde ich das immer gut. Ich hadere da auch täglich damit. Ich liebe Käse, ich habe noch keinen ordentlichen Käseersatz gefunden. Du bist, du bist wie ich vom, also aufgewachsenen Land, im Schwabelland. Und ich kenn's, du gehst zum Metzger, kriegst ein bisschen Wurst in den Fingern. Nein, so komm, Kim, da Bub, kriegst was zum Naschen. Ja, das kennst du auch. Ja, klar. Es war ja sogar die gleiche Gegend. Also da wurde aber noch selbst geschlachtet. Hinter der Metzgerei, da fragt man, was... Die Metzger mit den fehlenden Fingerkuppen. Absolut. Nur echt. Mit halber Hand. Ja, klar, natürlich. Aber das Gute daran ist, als ich sehr viel später nach Hamburg gezogen bin, habe ich das erste Mal gesehen, dass man im Supermarkt irgendwie abgepacktes Zeug, das gab es bei uns ja auch, gibt es auch schon lange, aber das war mir nie bewusst, weil man Fleisch wollte, geht man zum Metzger. Und man wusste, wo die Kuh herkam. Es wurde geschlachtet bei dem Metzger, da ging's noch. Und man wusste einfach, wie das aussieht, wenn Schlachttag war. Und es gab natürlich auch nicht ständig Fleisch. Mach mal ganz kurz hier zu diesem Bild hier, diese toten Böden, mach mal ganz kurz einen schnellen Ritt durch dieses Thema inhaltlich. Ja, mach mal. Weil das haben wir meistens nicht auf dem Schirm. Jetzt könnte man sagen, Regenwald wird geholzt, abgeholzt und ist ja irgendwie gar nicht so schlimm. Doch, Moment, ist schlimm. Also erst mal machst du die ganzen Viecher kaputt, die da drin sind. Stichwort Biodiversität. Du killst Millionen Spezies, die wir alle noch gar nicht kennen. Und die arbeiten halt irgendwie miteinander zusammen, wie Marc Benecke gerade schon erklärt hat. Plötzlich sind die Tiere nicht mehr da. Naja, du hast halt irgendwie einen Baustein weggenommen und die ganze Kette bricht zusammen. Das ganze System geht kaputt. Blöd dabei außerdem, es gibt etliche Studien, die sagen, Leute, macht euch eigentlich keine Gedanken um den Klimawandel, sondern lasst einfach mal große Flächen auf der Erde komplett in Ruhe. Wenn ihr die komplett in Ruhe lasst, dann kann das Leben da weiterhin existieren. Also das wäre so die biologische Seite. Übrigens für alle Corona-Böse in China im Labor gezüchtet. Das ist auch Bullshit. Weil wenn wir den Viechern den Lebensraum wegnehmen, dann müssen die ja irgendwo hin. Und dann kommen die zu uns Menschen. Und dann machen die bei uns Menschen Bullshit. Hast du dazu irgendwas? Schöne, schöne Zeichnung. Irgendeine kreative Schnellassoziation. Irgendwas. Viech geht, Virus geht zum Mensch und macht irgendein... Red du mal weiter. Okay. Also er denkt noch, er denkt noch. Und jetzt wird es natürlich übel. Also das heißt, wir killen die Lebensräume und was wir dafür anbauen auf diesen Lebensräumen ist jetzt wiederum Futter in industrieller Massenproduktion. Es gibt also große, große Flächen. Diese großen Flächen werden mit großen Landmaschinen bearbeitet. Die Böden werden tot. Also da, wo vorher Leben war, da hast du jetzt plötzlich keine Nährstoffe, weniger Nährstoffe. Du machst Monokulturen. Diese Monokulturen, die saugen die Böden aus. Wir pflügen das Ganze die ganze Zeit um. CO2 geht in die Luft. Die Wurzeln gehen kaputt, nehmen kein CO2 mehr auf. Die Böden werden teilweise wasserundurchlässig. Es kommen Schädlinge. Es kommt Unkraut. Jetzt schüttest du da ganz viel Dünger drüber. Dünger ist als, kennen wir alle, produziert Lachgas bei der Versetzung. Und Lachgas ist 300 Mal stärker klimawirksam als CO2. Und weil die Böden irgendwie nicht mehr so richtig, wir kippen da Gülle drüber oder sowas, die nehmen das alles nicht mehr so richtig auf, schwemmen das weg in die Meere, dann gehen wieder die Fische kaputt. Also deswegen, der ganze Kreislauf schließt sich. Und richtig verrückt ist es, warum wir das machen. Denn ich sage jetzt hier, wir dürfen Tiere essen, tierische Produkte konsumieren, wenngleich ich aus biologischer Sicht die Gegenposition verstehen kann. Aber worum geht es eigentlich? Es geht eigentlich darum, dass wir möglichst viel davon fressen wollen, saufen wollen. Wir wollen viel Fleisch fressen. Das muss billig sein. Das muss in Masse produziert werden, damit sich das überhaupt lohnt. Und jetzt kommen ganz, ganz komische Regelkreise, die wirklich, wirklich übel sind. Bitte kommentiere, ist es schön. Nö. Der wahrscheinlichste Überträger von dieser Zoonose, übrigens auch Ebola, Aids, das sind alles Zoonosen. Also ist irgendwann übergesprungen, meistens über ein Zwischenwirt. Und bei Corona genauso. Und der wahrscheinlichste Zwischenwirt oder der wahrscheinlichste Ursprung waren einfach irgendwelche Flugsäugetiere. Irgendwelche Flugsäugetiere? Aber wenn du die jetzt abknallst, hast du das Problem auch nicht wirklich. Wir sind ja in denen ihr Wohnzimmer gelaufen. Die Viren gibt es da ja irgendwie. Das ist aber kein Problem, weil die kamen nicht mit uns in Berührung. Wir kamen nicht großartig mit denen in Berührung. Aber es reicht halt, einmal zu weit bei denen rein. Und ich meine jetzt nicht von Besuchen und durch den Wald laufen, sondern wir nehmen denen einfach alles weg. Ihre ganzen Bäume, ihren ganzen Lebensraum. Wo sollen die dann hin? Dann kommen die zu uns. Würden wir ja auch so machen. Würden wir auch so machen. Und irgendwann springt dann irgendwas über. So war es bei allen Krankheiten. Und da gibt es übrigens irre Anwärter natürlich, was da noch alles kommen könnte. Ich habe eine Studie drüber gelesen neulich. Und ich sage schon in meiner kompletten Verwandtschaft, wir hatten Glück, dass es erst jetzt passiert ist. Ich kenne einen Biologen, der sich mit Viren beschäftigt. Und der sagt schon die ganze Zeit, klar, das wird unser Untergang sein. Weißt du ja, wenn man einen Hammer in der Hand hat, sieht alles aus wie ein Nagel. Dann kennt man sein Fachgebiet und weiß, was da los ist. Wir wollen aber bitte positiv bleiben. Absolut. Das soll nicht unser Untergang sein. Nein, aber es ist einfach, indem man, genau was du gesagt hast, man lässt die in Ruhe. Und das Beste, was man mit der Natur machen kann, ist, man lässt sie in Ruhe. Dann werden Böden wieder besser, wenn man sie in Ruhe lässt. Dann erneuert sich so ein Ökosystem schnell für so ein Ökosystem. Vielleicht nicht schnell genug für uns Menschen, weil wir keine Geduld haben. Aber das ist das Beste, was man machen kann. Ich liebe dieses Zitat, Ökosysteme sind nicht komplexer, als wir denken, sondern sie sind komplexer, als wir denken können. Und wenn man eine Spezies rausnimmt, zufällig, absichtlich, dann, man weiß aber auch nicht, welche das ist, das alles zusammenhängt. Da gibt es die unglaublichsten Geschichten, wo Forscher nie auf die Idee gekommen würden, warum irgendwie das Wachstum der Bäume an einem Fluss davon abhängt, ob da ein Bär kommt oder nicht. Obwohl da nichts damit zu tun hat. Also hunderttausend Geschichten. Böden 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 Böden